Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode eCoverview News und ein frohes neues Jahr an alle Zuschauer da draußen. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir starten frisch in das Jahr 2024 mit einem Video zum Thema Exporte von China nach Europa und was wir hier in den nächsten Jahren noch von chinesischen Autobauern erwarten können, denn da gibt es neue Infos, neue Daten und damit werden wir gleich mal loslegen. Diese Statistik hier vom Manager Magazin inkludiert aber, du siehst ja im dunklen Blau Europa, nicht nur rein elektrische Fahrzeuge, sondern entsprechend auch Hybridfahrzeuge. Außerdem sollte man bedenken, dass auch Tesla als großer Exporteur hier natürlich eine große Rolle spielt in diesen Zahlen, denn es wird natürlich weiterhin das Tesla Model 3 aus China nach Europa exportiert. Aber es gibt natürlich noch andere Marken, die entsprechend exportieren und das sind dann inzwischen auch die Chinesen, auch wenn jetzt die große Flut an chinesischen Fahrzeugen in Europa noch ein wenig ausgeblieben ist. Aber BYD plant ja nun jetzt auch eine neue Fabrik in Ungarn und diese soll eine Kapazität von über 200.000 Fahrzeugen haben und auch NIO und andere Marken möchten natürlich noch mehr Kunden gewinnen. Es wird aber am Ende rein über den Preis gehen und das ist nämlich das, was wir ja schon in 2023 gemerkt haben, dass es natürlich einen absoluten Preiskampf geben wird, in dem Moment, wo einfach ein Überangebot an Elektroautofahrzeugen auf dem Markt ist und gleichzeitig, auch wenn es noch nicht sicher ist, dann das Verbrennerverbot in 2035 kommt. Auch wenn ja hier immer noch welche daran arbeiten, dieses Verbrennerverbot wieder rückgängig zu machen, so ist der Trend zur Elektromobilität durch einen Preiskampf ja gar nicht mal so schlecht, erstens für den Kunden und für die Elektromobilität. Nur die Autobauer, die müssen noch hinbekommen, damit auch dann richtig Geld zu verdienen, trotz der Preisreduzierungen. Und mit diesen ganzen Schiffen und das ist nämlich das Hauptthema, die jetzt einige chinesische Autobauer selber in Eigenregie bauen lassen, auch von chinesischen Werften, das ist nämlich jetzt das, was in den nächsten Jahren entscheiden wird. Denn da gibt es ein Unternehmen, welches eine riesen Flotte aufbaut und auch wenn BYD schon aktiv eigene Schiffe hat, so gibt es auch noch ein anderes Unternehmen, welches jetzt richtig aktiv wird. Und diese Auswirkungen, die werden wir erst in den nächsten zwei bis drei Jahren sehen und dann wird der Elektroanteil hier auch in Deutschland weiter rasant steigen, den du hier gerade gesehen hast. Und es ist eben halt so, dass dann Schiffe kommen und das ist nämlich wirklich, das sind Giganten, 200 Meter lang, 38 Meter breit und bieten Platz für 7700 Fahrzeuge. Und dann wird es sogar noch größere geben mit bis zu 9000 Fahrzeugen. Und nur als Vergleich, normalerweise kommen Schiffe mit viereinhalb, maximal 5000 Fahrzeugen in Europa an. Das sind so die üblichen Schiffe, mit denen Tesla-Fahrzeuge auch hierhin exportiert werden. Wenn man jetzt es aber schafft, solche Schiffe auf den Markt zu bringen und dann aber richtig zu exportieren mit günstigen Autos, dann wird das hier ein richtiger Verdrängungskampf. Und nicht ohne Grund sieht die EU ja schon, was da auf sie zukommt. Ob die Autobauer es sehen, ist mal noch dahingestellt, aber die EU sieht es. Deswegen ist es ja auch das Thema, wie kann man die Einfuhrzölle von 10% jetzt erhöhen und wer wird davon ausgenommen? Das ist aber wiederum riskant, weil es könnte einen Wirtschaftskrieg mit China geben. Und da ist ja dann immer die Frage, wer gewinnt den? Und das ist nämlich ein bisschen komplexer und auch nicht Thema dieses Videos. Ja, was hat China gemacht? Sie haben bis zu 100 Milliarden Dollar in den letzten Jahren in die Autoindustrie gesteckt. Und jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Wenn man jetzt die ganzen Kapazitäten, die da aufgebaut worden sind, und da nimmt man jetzt nicht nur Elektroautos, sondern auch Verbrenner mit einnimmt, dann sind wir bei Überkapazitäten von fast 27 Millionen Autos jährlich. Und die müssen ja irgendwo verkauft werden und das soll dann ab 2025 über den Weg über das Meer stattfinden. Also ein absoluter Verdrängungskampf. Die Frage ist immer am Ende, ob der Kunde auch ein BYD-Fahrzeug kauft, ob sie auch ein NIO kaufen oder ob sie ein SICKER kaufen oder all die anderen Marken, die ja noch gar nicht richtig aktiv in Europa Fuß gefasst haben. Das ist aber nicht das Einzige. Ich habe es euch nochmal gezeigt. Der übliche Weg ist ja durch den Suezkanal. Das ist ja auch da, wo es gerade wieder diese Probleme gibt mit einigen Containerschiffen. Dann haben wir aber auch den asiatischen Markt und der wird einfach vollkommen ignoriert. Auch wenn jetzt Myanmar und Laos und Kambodscha nicht gerade die großen Automärkte sind für deutsche Autobauer und sicherlich da auch zum Beispiel auch in Bangladesch die Einkommensstruktur noch nicht so stark ist und auch nicht die Infrastruktur für Elektroautos, so ist eben halt aber ein Markt wie Vietnam oder Thailand oder Malaysia oder zum Beispiel die Philippinen oder Australien. Das sind alles Märkte, wo man Elektroautos verkaufen kann. Und diese Überkapazitäten, die wird man dann genau in diesen Regionen versuchen loszuwerden. Und das sind dann Regionen, in denen zum Beispiel die deutschen Autobauer, wenn sie Pech haben, wieder Markteinteile verlieren. Für Europa bedeutet das natürlich einmal für den Kunden mehr Auswahl, im besten Fall günstigere Preise. Und wie einige von euch auch zu Recht gesagt haben, vielleicht kommen mal ein, zwei Autobauer vom hohen Ross runter und realisieren, was eigentlich los ist. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der ID.7 in China sich kaum verkauft, dann kann man ja nur erahnen, was passiert, wenn eben halt Limousinen oder gute und technisch und mit Software gut ausgestattete Fahrzeuge aus China nach Europa kommen. Ob es dann eben halt den deutschen Autobauern noch weiter so gut geht, das ist nämlich dann die Frage. Hier auch nochmal die Bestätigung. Es geht nämlich um die Firma ZEIC. ZEIC ist ja ein großer Konzern, der auch zum Beispiel MG hat, die auch aktiv mit deutschen Autobauern zusammenarbeiten. Und diese haben zwölf weitere Schiffe jetzt bestellt mit Kapazitäten von bis zu 9.000 Autos. Also man muss sich das jetzt mal vorstellen. Zwölf Schiffe. Wir reden hier also über einfach mal eine Kapazität, die konstant auf dem Meer ist von über 100.000 Fahrzeugen. Und das schon in zwei Jahren. Und der MG ist übrigens ein gutes Beispiel, ist nämlich in den Top 10 Elektroauto-Verkäufen in Deutschland. Einer der wenigen Fahrzeuge, die sich inzwischen auch da durchgesetzt hat. Und das wird auch sicherlich im nächsten, aber auch in diesem Jahr natürlich stärker sogar noch werden. Ein beliebtes Fahrzeug. Nicht, dass alle perfekt sind. Und kein Elektroauto ist in allen Belangen perfekt, aber es verkauft sich sehr gut. Und somit wird in den nächsten zwei Jahren nicht nur durch Tesla und eben halt einen Kleinwagen und das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y oder eben halt durch andere Marken wie zum Beispiel die chinesischen Autobauer oder wir hatten ja auch auf diesem Kanal bereits die französischen Autobauer oder der Konzern Stellantis mit verschiedensten Kleinwagen, wie dem Citroën EC3, der dieses Jahr ja nun kommt. Das sind alles Fahrzeuge, die entsprechend zu einem höheren Elektroanteil führen werden. Förderung ist jetzt nun nicht mehr da. Das ist so, aber die Preise werden zwangsläufig fallen. Und die Kleinwagen, die werden natürlich interessanter werden. Und dann wird hier eine richtige Preisschlacht beginnen. Diese Preisschlacht wird natürlich auch eine Auswirkung auf Verbrennerfahrzeuge haben. Es wäre jetzt utopisch zu meinen, dass die Verbrennerfahrzeuge einfach immer den gleichen Wert haben werden. Die werden natürlich auch an Wert verlieren und somit kann es am Ende eigentlich nur positive Dinge für den Kunden geben. Also, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Bis dann und tschüss.